Wir können es nicht kontrollieren. Kritischen Journalismus auszuschließen ist ein Zeichen von Rechtsextremismus. Meinten Sie das? Ach nein, er meinte die Thüringer AfD-Alternative für Deutschland, die gesagt hat, wir wollen Monitor hier nicht haben als Journalisten, weil sie nicht objektiv berichten, sondern weil sie nur Bilder einfangen, die sie dann mit Lug und Trug unterlegen. Aber gut, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Allerletzte Nachricht, Gloria Thron und Taxes von Thron und Taxes sagt, Stichwort Migration, wir nähern uns einem Bürgerkrieg, das hat Bürgerkriegspotenzial, Freunde. Stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ganz böse Zungen sagen, ist alles beabsichtigt, weil dann können wir Notstandsgesetze einführen und können endgültig eine Diktatur machen. Aber es ist alles Morse, alles russische Propaganda. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, wir haben die beste Regierung aller Zeiten, unterstützt die Ampel, wählt CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke, ach, die Linken haben sie jetzt aufgelöst, wählt die neue Sarah-Staling-Knecht-Partei und auf gar keinen Fall Trump, Putin, Assad, die AfD. Freunde, bleibt zu Hause, tragt vier FFP2-Masken übereinander, einen Darmsturm drüber, lasst euch impfen gegen Corona, gegen Grippe, gegen alles, was man euch sagt. Und dann kann überhaupt nichts passieren.